Hallo meine Lieben zu einer Stunde AFK-TV. Ein Tag ohne Internet ist heutzutage fast unvorstellbar. Zum dritten Mal finden die Grenzgänger Theatertage statt. Dieses Jahr zwischen dem 12. und 21. Oktober. Toleranz? Aber was bedeutet das überhaupt? Das Leben in München ist teuer und Studenten bekanntlich fast immer pleite. Mh, lecker Pizza. Wirklich meine Leibspeise. Und immer wenn ich in einem tollen italienischen Restaurant sitze, dann denke ich an meine Italienurlaube mit meinen Mädels in Lignan. Ein Brezen und ein Weißwurst, ja, die sind immer gut. Und dort lernt man diese Schwebefigur. Aber nur mit super durchtrainierten Bauchmuskeln und langem Training. Oder was sagt ihr Mädels? Leute verabreden sich im Internet und kaufen einen Laden leer. Der Sinn dahinter, der war mir anfangs auch nicht klar. Spiegeln, Spiegeln in der Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Bayern-Land? Das fragt sich die Jury in einem Club und wählt Bayerns nächstes Topmodel. Mord, Blut, Verdächtige und einige Leichen. All das sind gute Krimi-Zutaten. Und genau die stehen heute auf unserem Menüplan. Da werden die Probleme von einem selbst auf einmal ganz klein. Und man weiß, auf was es im Leben eigentlich wirklich ankommt. Kriminelle schaffen es, anhand sogenannter Trojaner immer wieder E-Tanz zu knacken. Zu diesem Thema haben wir uns einen Experten eingeladen, den Herrn Schmidt vom Sparkassenverband Bayern. Guten Tag. Fahri, grüß Gott. Max ist ein junger Musiker aus München. Schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast für mich. Servus. Wie war denn so dein musikalischer Werdergang bis jetzt? Wir haben heute Mare und Scharke von Scharke & Friends zu Gast. Herzlich Willkommen. Schön, dass sie ins Studio gekommen sind. Hello, Amy. You are working as a teacher for this project, the lovely take of 2011. How long have you been working for this project? Zeit für lustige Videosequenzen. Ja, die muss immer sein. Und eins kann ich euch versprechen, bei mir gibt es immer was zum Lachen. Hallo, meine Lieben. Ja, da hänge ich gleich. Okay, ich fange gleich nochmal an. Ja. Uns gibt es immer Kacke. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Stark, stark wie ein Tiger und so groß. Warte mal kurz. Es ist echt so ass. Ja, überall Schesse. Der Wackel der Watschenbaum. Na, können wir dann. Okay. Montagabends nochmal um 23 Uhr. So. Aus. Für heute. Servus, Baba. Bis zum nächsten Mal. Be me up. Bis zum nächsten Mal.